jo hallo herzlich willkommen zu alien isolation und wir sind hier mitten im ja keine ahnung wo wir sind ja im nest dieser beste sag ich mal wieso denn überladen sie den alpha kern okay dann machen wir das einfach mal immer halt die waffe hier im auge sag ich mal moment immer wird mal lang hier lang ach ja passt gut passt noch mehr so zeugs hier ist richtig jetzt hier sag ich mal hier ist ein geschleim hier an der decke naja noch ist nix hier aber mal weh ist ja nie ne schon mal abgebrannt hier wir sagen so viel so viel gewesen ich hoffe es ist dort oh je hättest du auch noch so ein zusding oder oh es ist geplatzt das hätte ich blüht ne oder was war da jetzt hier so brennendes keine ahnung sind wir gehen mal weiter hier wo ist es denn wo ist es denn sie ist nicht sie ist nicht da ist ein knöpfchen ich muss mal das nachladen hier dann kann ich das mitnehmen nämlich ja jetzt habe ich zu viel flammen dingsbums öl ach jetzt kann ich das mitnehmen gut bis ich sehe subkodone ingeation brauchen wir ja nicht ne ist jetzt auf alle fälle schön verglüht hier schön oh sie sehen schon richtig hier aus muss man hier irgendwie ich habe so das gefühl als wenn ich hier nicht alleine wäre ne sag ich mal so so was gibt es hier noch schönes flammen öl na toll das ist jetzt wieder alles voll hier leute wenn du das brauchst ist es nicht da und wenn nicht dann ist es voll so ich drücke mal hier den klopf hier aus alva leitung aktivieren was denn von alva leitung äh ach hier ok jetzt kann ich drücken jetzt hier oder was ah ja jetzt kann ich drücken jetzt kann ich drücken drücken ich glaube bis hier lang sind nicht mehr alleine leute wo lang jetzt hin wo lang jetzt raus oder was ich meine ich würde ich renne mal schnell oder uuuuuhhhhhh oh scheiße das ist doch das alien mensch ach meine güte und sie sind einmal tot ich muss mal laden hier da kommt es mir doch kalt mensch ach so ich muss nochmal jetzt so schön machen wir das gleich nochmal also was haben wir jetzt hier laden sie den alpha kern ja da ich wissen wir jetzt so wie es funktioniert ne ach dann müssen wir echt aufpassen eh dieser alien ist schon ganz schön geritzt hier der junge hm so alles gezappelt alles gezappelt vertraue diesen biestern hier nicht so ganz also muss ich wenn ich das äh deaktiviert hab ziemlich langsam raus und nicht schnell raus gehen ne am besten langsam raus gehen jetzt sind wir nachgeladen hier Mensch, ist der Inventor wieder voll hier. Klebstes. Lassen wir uns einfach nicht aus der Ruhe bringen, würde ich sagen. Das ist das Beste, was man machen kann hier. Aber zurück können wir ja trotzdem schon mal gehen. Was ist denn hier? Okay. Ja, jetzt haben wir gleich Besuch, Leute. Und das jetzt und maßen hier, ne? Und maßen hier. Ne, mal schweig schon, oder? Oh, da muss ich mich schon beeilen hier, ey. Ach, warum ist das so laut hier, Leute? Meine Güte, kriegst du halben Hörverluste hier? Ne, es geht schon, aber es ist nicht gerade leise. Scheiße, ey. Was ist richtig hier überhaupt? Ha, ich weiß es nicht. Oh, ich glaub schon. Auf alle Fälle sind hier viele, viele Aliens, Leute. Und das sehr viele Aliens. Nicht nur ein paar. Könnte ich reingehen, guck mal. Oh, überall dieser Schleim, ey. Ist ja eklig, oder? Ach, scheiße, scheiße. Hm. 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 Oh mei, oh mei, oh mei. Die sind hinter mir auch, gell? So hin, die mir so'n Ding rausgeschossen kommt. Merk ich ja gar nicht dann, ne? Sag ich mal so. Hab ich's? Nein! Ach, scheiße, Mann! Ach, verdammt. Ich hab' drüber gemacht, Mann, ne? Ne gut, dass ich gespeitert hab, ey. Ah, das ist ja ärgerlich, echt. Hm. Was soll ich denn ins Gesicht hüpfen, ey? Ah. Es kommt der beschisseneste Teil hier, echt. So, ich muss aber auch was'n hier. Viel Zeug. Hm. 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 Hm, 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 hm. Hm. Jetzt habe ich es aber, jetzt habe ich es aber, das Mist Ding. Hier oben sind auch Schäste, muss ich mal aufpassen. Jetzt muss ich sein Leben, oh scheiße, scheiße. Komm, geh weg, Mann! Verschwinde, verschwinde! Scheiße, Mann! Da kommt bestimmt gleich wieder ein. Ach, scheiße, oder? Komm, verschwind! Geh weg! Geh weg, Mann! Geh weg, Mann! Scheiße! Oh, verdammt von hinten, ne? Oh, scheiße, Alter! Es sind zwei, ne? Ich glaube, das ist zum Speichern gewesen. Bäm, nochmal drauf aufs Gesicht. Jawoll! Das ist so schön klatscht. Äh, klatscht, ach, was weiß ich. Guck mal, dass wir nochmal ein bisschen Speicher bekommen. Hm, die sind jetzt ja lästig, ne, die Jungs. Das sind jetzt doch so viele. Auf Endschlag hier, sag ich mal. Wir müssen irgendwie... Ja, weiß nicht. Wenn wir jetzt am dümmsten hier vor sich geht. Halt immer wieder... Probieren nehme ich an, ne? Na, was ist jetzt auch noch jetzt, ne? Jetzt kommt's nicht mehr, oder was? So, jetzt würde ich sagen, ich verstecke mich schnell hier. Äh, da ist aber nicht gerade viel Platz da drinnen, oder? Habt ihr das Kino an der Wand hinten dran? Ist ja eklig. Da ist einer. Kann weitergehen. Na, probieren wir auch noch Glück. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh, da hat's eilig, Leute. Häng. Komm, Mann, geh weg jetzt hier, Mann. Aua. Scheiße. Scheiße, echt. Geh weg, Mann. Scheiße, 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 scheiße. Ich würd sagen, wir sehen es dann gleich wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.